Hallo und herzlich willkommen bei Elektrotechnik Rezepte. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Widerstandsnetzwerk zu nur einem einzigen Widerstand zusammenfassen könnt. Abgegriffen wird an jeweils gegenüberliegenden Enden und wir fragen uns also, wie groß ist er gesamt? Dazu stellen wir den Würfel auf eine seiner Ecken, in diesem Beispiel hier ist dann an jeweils gegenüberliegenden Ecken die Spannungsquelle angeschlossen und jeder Widerstand habe den allgemeinen Wert R. Diese drei roten Ecken hier haben alle das gleiche elektrische Potenzial, weil nämlich von dort aus nach unten hin zur Masse für den Strom überall der gleiche elektrische Weg zurückzulegen ist. Wir können deshalb hier in rot angezeichnet eine elektrisch leitfähige Metallplatte einfügen, die diese drei roten Ecken miteinander verbindet. Eine Ebene tiefe haben wir diese drei violetten Knoten, also Ecken. Auch diese befinden sich wieder auf identischem elektrischen Potenzial, also selbe elektrische Niveau und deshalb dürfen wir auch diese drei Ecken miteinander verbinden, hier durch die violette Ebene eingezeichnet. Nochmal kurz zusammengefasst, diese drei Ecken haben alle gleiches Potenzial, phi1, ups, das Ganze verrutscht jetzt, also gleiches Potenzial relativ zum Nullpotenzial, also zur Masse. Und diese drei Knotenpunkte haben auch alle dasselbe Potenzial, phi2. Dieses Potenzial ist geringer als das vorherige. Diese drei oberen Widerstände sind also alle elektrisch gleichwertig. Auch diese sechs mittleren Widerstände sind elektrisch gleichwertig und die drei unteren Widerstände, also diese drei weißen, sind auch alle gleichwertig. Deswegen lässt sich jetzt der Würfel als Reihenschaltung von drei Parallelschaltungen darstellen. Und das war jetzt der entscheidende Schritt zur Lösung dieser Aufgabe. Diese Schaltung können wir jetzt leicht weiter vereinfachen, und zwar liegen diese drei parallel, die auch und die auch. Gibt also hier oben als Gesamtwiderstand ein Drittel R, weil drei gleiche Widerstände parallel liegen. Hier ein Sechstel R, weil von wegen sechs Widerstände alle parallel und hier unten nochmal ein Drittel R. Wir haben jetzt also diese Reihenschaltung. Die Widerstände addieren wir alle und bekommen dann fünf Sechstel R als Gesamtwiderstand. Kurz zur Wiederholung. Wir haben also diesen Widerstandswürfel, also ein ganz kompliziertes Widerstandsnetzwerk, in einen einzigen Widerstand umgewandelt. Und der hat jetzt den Wert fünf Sechstel R. Was machen wir jetzt damit? Wir können jetzt beispielsweise den Strom ausrechnen, der in das Widerstandsnetzwerk hineinfließt. Angenommen R habe einen Wert von 18 Ohm, also das ist der Wert von jeweils einem Widerstand auf der Kante des Würfels, dann macht das 15 Ohm für den Gesamtwiderstand, also für den Ersatzwiderstand des Würfels. Wenn die anliegende Spannung 10 Volt beträgt, dann rechnen wir jetzt diesen Strom I aus durch U durch R, Ohmschissgesetz, hier also 10 Volt durch 15 Ohm. Ergibt zwei Drittel Ampere. So, das war es mal wieder bei Elektrotechnikrezepte. Ich hoffe, ich konnte euch damit etwas weiterhelfen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt die doch einfach unten in die Infobox. Tschüss, bis zum nächsten Mal, eure Barbara Kronberger. Bis zum nächsten Mal.